Hallo liebe Gamer! Willkommen zu einem kleinen Video-Log hier direkt aus Sri Lanka, denn ich bin gerade im Urlaub in Sri Lanka und deshalb dachte ich mir, ich mache einen ganz kleinen Videobericht, weil irgendwie ein paar Leute das interessiert, eventuell. Und ja, wie gesagt, ich bin hier gerade am Strand, wie man sieht und es ist sehr, sehr nice. Es ist unglaublich warm. Es hat 35 Grad und das Wasser hat ungefähr 25 oder so, also plus natürlich. Aber es ist absolut irre. Und ja, das Ganze, ich bin in Sri Lanka, genauer gesagt in Trincomalee, das heißt direkt am Indischen Ozean und zwar an der, jetzt muss ich überlegen, an der West-, nee, an der Ostseite der Inseln. Und ja, wir haben gerade angekommen. Vorher waren wir noch in Colombo, in der Hauptstadt. Und hier sind wir jetzt eigentlich an einem Strand, wo echt fast nichts los ist. Das ist ja Hammer. Also schaut euch das mal an. Das ist echt fast kein Mensch hier. Das ist total geil. Aber jetzt wollte ich gleich mal angehen, aber vorher gehe ich noch essen und zwar hier in dieser Hütte da. Mal gucken, was da so alles gibt. Ich hoffe auch irgendwelche lokalen Dinge. Keine Ahnung. Ansonsten werde ich mich gleich hier in das Nass hier begeben. Ah, nichts ohne Kamera, weil die ist nicht wasserdicht und deshalb werde ich ja ganz schön Ärger kriegen, wenn ich die mir kaputt mache. Beziehungsweise ärgere ich mich wahrscheinlich zu Bode. Aber egal. Naja, ich gucke mal, ob ich noch einen Videolog mache. Keine Ahnung. Falls ihr das überhaupt wollt. Ich habe auch keinen Schimmer. Aber ja, ist mal ganz gut, mal komplett offline zu sein. Also mehr oder weniger offline und mal weg von den Games, um ein bisschen mal weg zu kommen. Auf jeden Fall können Sie ganz gerne abbonieren. Ein Gefällt mir da lassen. Und vielleicht gucken wir mal, dass wir uns beim nächsten Videodog sehen. Schauen wir mal. Macht's gut. Bis dahin.